Ständige Verfügbarkeit von C-Teilen ist für Industriebetriebe unabdingbar. Um Zeit und Kosten zu sparen, vertrauen deshalb viele Firmen auf die intelligenten Versorgungs- und Beschaffungslösungen der WIRT Industrie Service. Ihr Unternehmen hat Bedarfe, die nicht über die WIRT Produktpalette gedeckt werden können, aber sie möchten dennoch vom Rundum-Service der WIRT Industrie Service profitieren? Dann ist CPS MyLogistics die Lösung. Das Innovative? Wir bieten Ihnen unseren bewährten Versorgungsservice, berücksichtigen nun aber auch Lieferanten WIRT fremder Teile. Wählen Sie dabei aus verschiedenen Ausbaustufen. Besitzt etwa einer Ihrer Lieferanten kein eigenes Lager oder bestehen für bestimmte Teile Mindestabnahmemengen mit langen Lieferzeiten, empfiehlt sich unsere Lösung MyStock. Dafür beziehen wir die Teile direkt von Ihrem Zulieferer und bevorraten diese. Über unser bewährtes RFID Kannbahnsystem stellen wir die ständige Verfügbarkeit Ihrer Teile sicher. Ihr Lieferant verfügt über ein eigenes Lager, Sie möchten jedoch nicht auf die Vorzüge des RFID Kannbahnsystems von WIRT Industrie Service verzichten? Dann ist MyDropship das Richtige. Der Hersteller befüllt eigenständig unsere Behälter und schickt sie dann direkt zu Ihnen. Die Verräumung vor Ort übernehmen natürlich wir. Oder sind Sie von den technischen Vorzügen des WIRT Kannbahnsystems überzeugt, möchten aber das Lieferantenmanagement und den Bestellprozess selbst durchführen? Kein Problem. Mit MySelf nutzen Sie unser System und unsere Hardware für alle denkbaren Artikel. Wir bieten Ihnen genau den Service, den Sie benötigen. Von der Bereitstellung der reinen Behälterinformation bis hin zur Schnittstellenanbindung. Optimieren Sie Ihre komplette Supply Chain mit CPS MyLogistics. Ein System, alle Lieferanten.